Wenn es jetzt steigt, dann doch, aber das ist ja genügend Kapazität, dass ich das Dinge ausweiten kann. So, hier machen wir mal... Äh, irgendwie total blöd. Äh, ja, ähm, nee, irgendwie nicht so ganz. Wie sieht's damit aus? Nee, irgendwie auch nicht so ganz. Damit. Hm. Naja. Gewöhnungsbedürftig. So, wie haben wir das denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Machen wir da eben so ein paar Dinger hin. Pause, wir brauchen eine Bushaltestelle. Äh, wo haben wir die? Da haben wir die. Haben wir die da? Nee, haben wir die nicht. Aber, hä? Ach, doch, doch, haben wir. Haben wir doch. Ähm. Ja. Schwere Entscheidung. Und die eben hier rein machen. Ja. Das geht auch noch. So, dann holen wir mal ein paar Parks wieder rein. Damit halt... Die, ähm... Da ist ja eine schöne Lage und so. Da gehen auch Leute und dürfen das einkaufen. Ähm... Ha. Das Sound hört sich geil an. So, das müsste man hier eigentlich auch mal machen. Es kommt da eine Villa. Eine schön geile Villa. Verpisst euch mit eurem Willen. Äh. So, dann richten wir zuerst die Bushaltestelle natürlich wieder ein. Ähm... Da haben wir eine Bushaltestelle irgendwo in der Mitte von Dingens. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade schlecht machen kann. Hauen wir die eben da ein. So. So. Ja, jetzt können wir die Fußballgeschichte einhauen. Ne, Fußballfehler sind ja nie so schlecht. Jo. Das sollte ja erstmal für dieses Gebiet reichen. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Gucken wir mal. Ja. Kriegen wir mal mehr Geld. So. Unser Einwohnerzahl ist auch irgendwo gesch... Ach, da ist es. Ja, dann bauen wir mal doch unsere ganzen Dinger hier mal aus. Dass wir es möglich machen. Komm nach oben jetzt. Dankeschön. Bumm. Aha. Passiert direkt. Schön was. Oh, nicht allzu viel. Also in dem Ganzen. Ja, geht. Zack. Okay, da passiert so gut wie gar nichts. Ich bin doch stark nachgefragt, diese Gebiete. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na ja, wir können dann einfach mal anfangen, den Autobahn zu bauen. Zack. Und dann, äh... 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 Und... Autobahn zu bauen ist gar nicht so einfach hier in dem Spiel. Muss ich ehrlich dazu sagen. Kommt... Oh, ist ja blöd. Kommt. So. Und... Das. Nein! Fick dich! Mach ich jetzt auf Pause. So. So. Da haben wir das Straßensystem. Zack. Zack. Nervt. Jetzt kommt die Autobahn. So. Okay. So. So. Yeah, ich habe es geschafft. Ich bin unglaublich. Ja, ihr seht schon, das kostet so ein bisschen Geld, so eine Autobahn zu bauen. So ein bisschen Geld, nur. Aber das, äh, verringt halt enormst den Verkehr. So, dann bauen wir hier mal so, so Straßen nach da drüben. Zack. Damit hier halt damit mal verbunden sind. Kann man das hier auch sehen? Was irgendwie... Nö. Kann man natürlich nicht sehen. Bildung sinkt. Keine Ahnung, wieso. Mir auch scheißegal, momentan. Äh, ist das wegen der Grundschule da, dass sie überfüllt ist. Nö, eigentlich nicht. Die ist, äh... Ja, äh... Ja, weniger, ne? Aber die hier sind... Ein bisschen überfordert, oder? Ja, dann machen wir mal das. Hier kann man natürlich die Busfinanzierung steigen. So, dann haben wir das geregelt. Wie sieht es hiermit aus? Anze, Schüler kaputt ist jetzt, ja. Seht doch ganz gut aus. Äh, hatten wir nicht hier irgendwie so eine Bücherei noch? Ach, egal. Mir ist das so. So, wir bauen einfach dann an unserer coolen Autobahn weiter. Huiiii. Komm. Yay. 11.000 nochmal. Kommen wir mal so. Endlich hin. Ja, annehmen. Ich habe schon mal eine Auffahrt. Ist ja gar nicht so... Unpool. Äh, schicken Sie einen Wagen nach. Jetzt fängt das auch wieder an. Hatte schon ganz vergessen. So, wir gehen zurück zu unserer Autobahn. Komm schon. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann... Können wir da nicht auch irgendwie sowas? Doch. Diese Seite können wir das auch. Ja, jetzt bringt die Autobahn natürlich noch nichts. Weil... Eine Auffahrt, eine Abfahrt. Hm, das soll doch bitte. Schön noch rumfahren. Nein. Ach, jetzt geht's nicht weiter. Ah, 4.000... 5.000... Ja, mein Dorn ist viel Geld hier. Annehmen. Ja, auf der anderen Seite kriegt's natürlich auch so eine... Auffahrt. So, jetzt können wir schon mal von hier fahren, 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 fahren bis hier. Ist auch gar nicht so uncool, oder? Ja, Verkehr geht enormst hoch. Bildung sinkt drastisch. Möchte ich mal angucken, wieso. Ja, jetzt bewegte ich mal nicht mehr. Bildung... Ja, jetzt bewegte ich mal nicht mehr. Bildung... Äh... Das ist eine coole städtische Hochschule. Okay, zum Bauen hab ich zu wenig Geld. Ja, ich muss mal gucken. Weil sie hätten den enormsten Radius, ne? Das heißt, es ist im Grunde egal, wohin man das Gebäude hinklatscht. Ich mach das hier an so einem Kreuzungspunkt. Kann ich von da mal die Straße... ...hinführen lassen. So, genau. Genau, so, so ungefähr. Aha, ja, hier sind doch mal ein paar höhere Häuser gekommen. Interessant, es tut sich also wieder was. In unserer Stadt. Ach, diese Willen regen mich auf. Ich will keine Villa. Hat sich natürlich eine schöne Kapazität. Höh, sehr gut. Da wissen wir mal die Kosten. So, kommen wir mal in unsere Stadtverordnung. Vielleicht können wir da irgendwie was wieder drehen. Äh, was ist das? Es, die sind ja wohl gehen. Sind es besser. Mhm. Tadab, tadap. Nachbarschaftswache. Wäre nicht schlecht. äh, Verordnung der Luftreinheit, machen wir das mal auch, äh, Reifen-Wiederverwertungsprogramm, reduziert die Umweltverschmutzung, na, machen wir auch mal, dann, äh, Müll-Dippung, das ist wieder, Wiederverwertung-Bütz, das kostet 2000, machen wir das lieber so, zu eliminieren, und dann, äh, mit Papiermülls auf, hierdurch wird die Menge, des Müll-Dippung reduziert, machen wir das auch mal, so, hm, ah, Normstar, wuchs, oh, ja gut, jetzt gehen die natürlich Zurück wegen der Luftreinheit Ich finde das natürlich nicht so gut, diese Betriebe Weil die haben immer noch keinen Strom Ach, kann ich irgendwie mittlerweile Nö, blöd, schade Gucken wir mal hier die Energie an Auslastung 85 Ach, ne, das ist Kaffeex-Gestand 87 Cent genutzt Kapazität Entschuldigung, ich, äh, musste mal niesen Machen wir jetzt was größer den Radius Dieser Feuerwehr auch Okay, es geht nicht größer Ja, genau, jetzt tun wir die Bahn zu Ähm, ähm, ähm Kriminalität Ja, hier muss ich immer noch was machen Aber das kommt noch So, wir bauen weiter Straßen, habe ich beschlossen Vor allem eine Autobahn Na gut, hier fehlt noch so ein bisschen Straßentechnisch, was Hm, so weit kommt die Straße ja gar nicht Egal Bauen wir eben auf der anderen Seite weiter Das ist ja Auch nicht so schlimm Da ist ja wenigstens so ganz rob So, vorgezeichnet Wo die Autobahn denn hier lang kommen soll Äh, hier, näher Ja, ne, ich glaub schon Ach, ja Ich vergesse das immer Das ist die Autobahn so Kann ich nicht Ach, kommt schon, Leute Das ist Mobbing Wenn er sowas mit dir hier Hä, sowas mit mir macht Wieso willst du denn nicht Autobahn, du willst 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 Hey, aber wie hab ich das da drüben gemacht Kommt schon Ach, ich will ja nicht so weit raus Das hab ich so auch geschafft Oder hab ich da irgendwie anders Als Nö, da ist eins, da ist eins Hö Okay Seltsame Symmetrie 3 2 1 1